Hallo, hallo. Ja, ich bin gelandet und oh Schreck, wo ist die Messe? Ihr seht es schon im Hintergrund, Baustelle, Baustelle, Baucontainer, Gräne, keine Messe. Was mache ich jetzt? Nun ja, ich drehe mich einfach um 180 Grad und da ist sie. Natürlich ist sie noch da, die Messe. Ich freue mich schon ganz besonders auf morgen, bin jetzt auch ein bisschen krocki, muss ich sagen. Nach so einem Flug ist natürlich immer, ich weiß nicht, keine Ahnung, ich fliege gern, aber ich bin danach immer ganz schön müde. Wahrscheinlich liegt das am fehlenden oder am fehlenden Sauerstoffmangel, sage ich schon, am Sauerstoffmangel. Und jetzt geht das mal ins Hotel und nochmal Märkte checken. Mal sehen, was das Gold heute gemacht hat. Das ist ja sehr, sehr schöne, interessante Bewegung, nachdem es das unser Double Top ausgebildet hat. Und jetzt möchte ich mal schauen, ob aus diesem Double Top jetzt auch langfristig was wird. Sieht man das eigentlich? Man hört es, oder? Wie nah ich am Flughafen bin. Es ist wirklich sehr, 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 sehr schön, wer nach Stuttgart geflogen kommt. Eigentlich bloß über die Straße gehen vom Flughafen und dann ist man schon da. So, ich verabschiede mich jetzt von euch, wünsche euch noch einen schönen Abend, eine gute Nacht und vielleicht sehen wir uns dann morgen wieder. Bis dahin, alles Gute, Tschüss!